Hallo, da bin ich wieder mit Bärbelzone und Dekoideen. So, ich habe mir dieses Jahr ja auf die Fahne geschrieben, eigentlich nichts zum Weihnachtsfest, also zur Deko, neu zu kaufen. Ich habe mal alles durchgestöbert, habe so viel gefunden und das will ich jetzt alles mal ein bisschen anders interpretieren. Ein bisschen neuer, ein bisschen anders oder auch wie früher. Mal gucken. Hier habe ich zum Beispiel einen Flumabpfund, da habe ich 3 Euro für bezahlt, das ist noch ein Preis unter 23,90 Euro oder so. Also, das finde ich ganz schön. Ich habe gedacht, ich mache mir da jetzt hier oben ein Gestick drauf mit einer Lichterkette. Das klebe ich jetzt hier, glaube ich, drauf. Das schneide ich mir aber erstmal ein bisschen mit meiner Schere. die Ecke ab. Das muss ja nicht so eckig sein. Also, mal gucken, wie das geht. Ein bisschen schwierig. So ab. Das ist so Rinde von einer Glocke. Da habe ich mir mal so ein Packen gekauft, da waren so 10 Stück drin oder so. Aber auch schon vor Jahren. Also, wenn mich jemand fragt, was ist denn das her? Ich weiß das immer nicht. Das ist schon ewig her. So, das werde ich so rummachen, damit man von unten das Gute sieht. Mal gucken. Das kriegt man hier auch ganz gut wieder ab. Mal gucken, ob das dann schon hält. So, hier muss man auch nicht runterfallen, aber ich glaube, das hält. So, ich mache jetzt hier oben drauf diese Steckmasse. Dazu habe ich hier wieder von meinem Kleber. Ich vergesse immer, wie das Ding heißt. Das drücke ich jetzt da drauf. Ziehe das ab und dann kommt so ein Pinholer da dran. Wenn ich jetzt hier vor mich hinlutsche. Entschuldigung, aber sonst muss ich daran tusten. Meine Erkältung ist noch nicht so richtig weg. So, ich habe hier auch in meiner Mooskiste noch künstliche Tanne gefunden, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr schön finde, aber die kommt jetzt trotzdem da mal dran. Ich werde zuallererst mal das ein bisschen abdecken. Hier mit Moos. Ich komme mal hier an. Ich habe hier meine Krampen, mit denen ich das festmache. So. Dann ist das alles immer schon mal ein bisschen abgedeckt. Da habe ich ja auch eine ganze Kiste von. Da komme ich immer nach anderthalb Jahren mit hin. Mit diesem Moos. Das reicht jetzt schon. Und jetzt wollen wir mal gucken, was ich hier von gebrauchen kann. Das ist ja alles schon mal irgendwo gewesen. Das muss man jetzt alles auseinander nehmen. Aber ich denke mal, ihr habt alle noch sowas. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, das alles noch mal neu zu verwenden. Irgendwie. Das ist wegen der Nachhaltigkeit, sage ich jetzt einfach. Nein, das ist einfach, weil ich dieses Jahr gedacht habe, warum muss man eigentlich immer so viel Geld ausgeben. Und eigentlich ist es immer das Gleiche. Ich sammle zum Beispiel, so das mache ich jetzt auch, ich sammle diese ganze Hochglanz-Zeitschriften, die lese ich ganz gerne. Oder beziehungsweise, da gucke ich ganz gerne rein. Das ist meine Schwäche. Und wenn man dann guckt, so um die Hefte von 2000 oder so, ist genauso wie jetzt. Also, keiner kann das gerade neu erfinden. Es ist immer so, eigentlich immer wieder das Gleiche. Man muss selbst daraus machen, was man für sich für richtig hält. Und ich finde es auch immer ein bisschen komisch, wenn alle Leute denken, das sind hier übrigens solche Sachen, es gibt nur schwarz und weiß. Es gibt hell und dunkel schwarz und weiß und hoch und runter. Und jeder kann es doch machen, wie er will. Ich wollte jetzt hier eigentlich nur noch mal zeigen, die alten Sachen noch zu verwenden. Auf dem Kerzenständer. Das kann man ja auch ganz klein machen, auf die kleinen Kerzenständer. Wie auch immer. So, mal gucken. Und die schöne Seite ist. Eigentlich muss sie alle sein und schön sein. Aber ich mache jetzt hier noch mal die andere Seite. Die ist ganz besonders hässlich. Aber das füllt alles. So. Da habe ich ja schon mal ein bisschen was dran. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Heide. Ich möchte das ja hier unten auch alles verdecken. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen von meinem Moos. Das klebe ich mir jetzt hier unten drauf, damit man jetzt hier diesen Rand nicht sieht. Weil das Stück Birkenrinde ist etwas größer. Aber das kann ja gut da drauf. So, das fülle ich jetzt auch mal. Auf. Ich habe früher immer so Weihnachtsmarkt, auf dem Weihnachtsmarkt gestanden, mitgestecken. Ich habe natürlich auch noch ein paar Resten immer von diesen Sachen. Und ja. Ich habe da natürlich auch eine Menge Ideen mitgenommen. Und ich glaube, ich habe das letztens schon mal geschrieben. Ich gehe natürlich auch auf all diese großen Messen. Diese Einkaufsmessen. Ich kaufe da zwar nicht ein, weil es ist natürlich für mich halber. Ich habe ja keinen Laden. Ich will ja auch nichts verkaufen. Also die haben dann immer so Mindestsachen, die man da, was man ausgeben muss. Aber man kann da natürlich ganz schön gucken. Aber es ist nur für Gewerbetreibende. Da ich das früher immer war, habe ich den Ausweis noch. Und da es jetzt ja auch so ist, dass ich ja selbstständig sein muss, um diese Filmchen zu machen, kann ich da jetzt auch noch rein. Also ich habe da ganz viel gesehen und habe auch festgestellt, es gibt wirklich nicht viel Neues. Es gibt mal neue Farben, aber ob man die immer haben muss. Jetzt ist auch viel diese skandinavische Geschichte. Die passt aber bei mir nicht so gut. Finde ich aber wunderschön. Also das macht ja auch ganz viel die Marien von Schauten. Die macht so tolle Sachen auch. Naja, die kann das ja natürlich auch in ihrem Laden vielseitig sein. Aber die macht wirklich auch ganz tolle Sachen. Es gibt wirklich vieles, was man machen kann. So, das sieht jetzt schon mal so aus. Ich denke mal, vorne ist jetzt hier. Ich habe hier noch Sachen, die ich so ein bisschen runterhängen lassen kann, was ich ja auch tue. Die kann ich einfach reinstecken. Hier habe ich die schon angedrahtet gehabt, irgendwann mal irgendwann. Das ist immer das Schöne, das ist dann schon vorbereitet. Das Band freut mich natürlich nicht. Hier mache ich mir noch mal ein. So. Ich finde das geht schon. Ich habe hier noch so ein paar Christosen. Die klebe ich jetzt einfach oben rein. So, die werde ich jetzt mal da rein kleben. Ich habe hier noch so ein paar Beeren, die ich da noch aufkleben werde. Und dann mal gucken. So, ja, guck mal. So, dann werde ich hier an meine roten Bänder die Kugeln mal dran machen. Einfach mal anknocken. Aber ich schneide das dann hier unten ein bisschen kürzer, weil da nicht so ein langer Pinsel dran hängt. Und oben nehme ich dann eine Schlaufe und mache das mit der Krampe fest. Aber möglichst richtig. Hier passt das nicht. So. 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 Verschiedene Höhen. Aber ich wollte auch gar nicht zu viel dran rumpumpeln. Aber ein bisschen hatte ich mir gedacht, darf da jetzt mal dran. Okay. ... ... ... ... ... ... So, nun habe ich ja noch ein bisschen echtes Grün. Das werde ich jetzt einfach da auch reinstecken, um das aufzufüllen, so ein bisschen relax, geht ja ganz gut. Und wenn der Erex jetzt sich zusammenschumpelt, nehme ich den einfach raus und gucke mal, was ich sonst im Garten habe. Oder ich nehme das Ganze wieder auseinander, weil ich nochmal eine neue Idee habe und ich finde das dann ziemlich blöd, wenn ich da auf nächstes Jahr Weihnachten bauen soll. So, das ist mein Vorderteil, glaube ich. Ich will jetzt erstmal die Lichterkette da rein machen. Mal gucken, wie das so wird. Wenn man sie so verknübeln, obwohl man sie ordentlich zusammenlegt, wenn wir auseinander nehmen, immer bei mir jedenfalls. Das ist der Anfang. Jetzt machen wir das einfach so. So, ein bisschen da runter. Und das hier auch zu tun. Und dann kann ich ja hier das Wort drauf machen. Hier kommen wir, glaube ich, durch. Jetzt ist es ein bisschen schöner, dass da unten ist. Also diese kleinen Drähte mit den kleinen Lichtern, das ist auch schlecht. Die sind ja wirklich toll, finde ich. Die kann man so schön machen. So, mal gucken, wo vorne ist und wo ich den jetzt hinten, da lasse ich den da liegen. Und hier muss ich ihn jetzt gleich mal alle festmachen. Das fuhre ich mir jetzt auch nochmal hin. Und da runter. Und da drunter. Und der ist schon mal abgefallen. Das ist ja auch schon mal ganz schlecht, wenn die Deko schon auseinander fällt, wenn man noch dabei ist. So. 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 Jetzt möchte ich immer noch so ein paar echte Sachen da mit rein machen, damit das nicht von oben auch schon so aussieht. Alles, was ich jetzt hier habe, so an ganz kurzen Teilen, stehe ich da jetzt einfach irgendwie zwischen. Weil, das hält ja dann sowieso nicht so lange. Aber, wenn ich das oben die echten Teile habe, dann sieht das schon ganz gut aus. Guck mal, das ist einfach hier oben echte. Ich habe das schon so oft gehabt, dass die Leute dann angefasst haben und haben gesagt, ist ja doch alles echt. So. Das alles nochmal ein bisschen rundherum. Ich möchte jetzt hier noch ein ganz bisschen Höhe. Und habe ja noch das Konifern. Und das will ich jetzt hier reinmachen. Guck mal. Guck mal. Das piept ganz fürchterlich. So. Und dann habe ich noch zwei Tannenwolle. Die ich da oben reinmachen werde. Und ein bisschen kürzer. So. Das verteile ich mir gleich nochmal ein bisschen. So. Das wäre jetzt mein Gesteck. Ohne Kosten, ohne alles. Vom Flohmarkt. Und die Sachen uralt. Ja, vielleicht habe ich euch auf eine Idee gebracht, dass ihr auch sowas ähnliches habt. Oder einen Kerzenständer, den ihr noch dekorieren könnt. Ja. Ich würde mich über Daumen hoch freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Not зай 투, die bis zum nächsten Mal. Tin, ich bin ein Gorilla. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.